Geht doch gerade jemand geschrien oder war das ein Zombie? Zombie. Okay. Sehe ich hier gerade an... Oh! Der Kerner. Na klar, kriege ich an so einer Mauer lang, ist so links von mir so ein Spalt. Kommt dann natürlich genau in dem Moment, wo ich da lang, kriege ich schon ein Zombie runter vorgekrochen. Ist doch lächerlich. Ich bin mal ein bisschen ab da. Ich nehme mal aus hier in dem Haus. Dann kommt es bald eine Stunde, dass wir mal wieder abessen. Ja. Okay. Ja. Na ja, es wird schockiert. Ich bin mal ein Karrant, aber so. Das ist alles immer schlecht. Ich nehme ein Karrant. Ich nehme mal eine Stunde. Macht mir doch gerade den Karrant. Da ist alles klar, dass ich mich da ketten mache. Ich habe habe gedacht, dass wir keine Karrant nehmen. Ich brauche nur zu stehen. Ich mache nur an der Seite. Ich bin die Karrant. Man kann nicht, aber ich habe eine Karrant. Ich muss mal die Karrant feedback machen. Ich mache mich weiter. Ich glaube, ich mache die Karrant. Ich habe auch der Karrant! Ich habe eine Karrant. Ah, hier ist ein Brecheisen. Alter, aufstöcke mich. Bandage hat der Fritze dabei, schon mal geil. Ravi, friss mal zwischendurch was, damit du kein Blut verlierst. Hilft das? Ja, du kriegst Blut dazu durch Essen. Ah, klar. Painkillers? Warum die denn kein Aspirin dabei haben? Wie heißt das? Antibiotics. Ich bräuchte ganz dringend Aspirin. Tag, can, pasta. Tag, was? Can, frankenbeans. Ah, da liegt doch was, was liegt denn hier? Die Sachen fallen schon aus dem Heli raus, ne? Na, ganz schön. Die Sachen fallen aus dem Heli raus, hier liegen tausend Sachen rum. Oh, was ist denn da? Ja, die ganzen Packs, siehst du die nicht auf dem Boden? Achso, ja, ja, das haben wir jetzt schon. Wer schießt denn da die ganze Zeit mit seinem Sniper? Keiner schießt mit dem Sniper. Ja, dann war das ja anders. Ich bin nochmal an diesen Zelten gerade. Ja, da war ich gerade schon, aber da ist es nur noch hoch. Dass hier keine Päckchen mehr spawnen, finde ich voll scheiße. Früher sind hier immer Päckchen gespawnt. Hier ist eine M4, M4-A1, hier ist eine Map. Ja, das ist nichts Neues. Klopapier, oh! Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Jetzt bin ich verwundet. Ach, können wir eigentlich auch mal wieder weg, ne? Oh, wer ist das denn? Wir sitzen hier in der Zelle. Ich bin das. Ich wollte dich gerade schon abfießen. Warum? Wir sind was davon. Hier liegt noch eine M4-Dingensend. Ja, hier hat das keinen Sinn mehr. Wir müssen eigentlich wegfliegen. Ja, ich bräuchte dringend was gegen meine Infektion, ne? Ich huste mir hier die Seele aus dem Leib. Ich hör das schon. Und das muss ja nicht sein, ne? Ja, keine Ahnung. Wollen wir los? Soll ich fliegen? Wo sind denn die anderen? Sind die alle weg jetzt? Ja, ja. Keiner mehr? Sind wir zu uns? Ne, wir sind noch zu viert, oder nicht? Nein, der ist auf Kano. Ne, hier, wie heißt er? Wir sind hier zu viert im Helikopter, das wisst ihr, ne? Ja, ja. Der Schmi ist ja noch da. Der Schmi, hier. Kannst du uns hören? Geht es noch da. Der ist Essos. Aber der ist jetzt, achso, aber er kann uns trotzdem noch hören und steigt ein, ja, das klar. Wir müssen nach Elektro zum Krankenhaus. Ja, weil wir sind zu viert im Hubschrauber, was? Wir müssen nach Elektro zum Krankenhaus. Ja. Sag mal an. Warte kurz. Nach, äh, anderer Richtung. Ja. Ja, wie lange dieses Video wieder schon geht hier. So viel kann ich doch bei YouTube gar nicht hochladen. Bisschen mehr rechts, muss man noch sehen. Ne, ich glaub, Autohuver ist angeteilt. Haben wir in unserem Ural nicht noch, äh, ne? Scheiße. Ja, wir hatten, ich glaub, Dennis brauchte noch eins und da hatten wir sowieso nur noch irgendwie eins über oder so. Nach rechts drin. Muss da einmal um den Berg kommen halt, ne? Vielen Dank. 1.200 Meter. Ein bisschen höher, ein bisschen mehr links. Gucken wir mal, ob ich das gerade noch sehe von hier. Ja. Das ist jetzt quasi hinter der Kirsche. Also jetzt hier auf der Spar genau da. Dieses graue, breite Gebäude. Gegenüber von der Kirsche? Ja, nee, 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 hinten. Also guck mal, wenn du jetzt genauso wie wir jetzt stehen... Wir stehen jetzt über der Straße, ne? Ja. Hier unten siehst du doch die Kreuzung direkt vor uns, ne? Ja. Da rechts an der Kreuzung. Das Gebäude. Das große, graue Gebäude. Versuch mal da hinten in dem Hof zu landen. Hinter diesem weißen Pavillon. Nee, land auf der Straße, wo keine Hindernisse sind. Ja, land auf der Straße. Nee, egal. Hauptsache du machst keinen Unfall. Und keine Hindernisse rammen oder so. Aber du musst ein bisschen nach links. Ja, ich sehe das. Oder? Nee, passt. Ich gehe jetzt mal in den Ring. Ja, passt auf jeden Fall. Mit dem Haus sollten wir mit den Rotoren... Versuchen auf der Kreuzung zu landen. Mit den Rotoren, dass du nicht... Ja, ich mache das schon. Ja. Der unter mir Zaun? Bei der Straße, ja, ne? So, bin wir da da. Ja, hi. Wir suchen jetzt... Dann jetzt ein Elektro... Was mit der Laterne auf, Alter? Was mit der Laterne auf, ne? Ja. Ähm, wir sind jetzt gerade in Elektro... Na, Laterne, 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 Laterne. Ach, da ist die Laterne. Ich habe ja echt gesehen. Ach, der hat doch die Infektion oder so. Ja, ja. Ja, ja. Oh, Mann. Es ist hinter dir das Autowrack. Du musst da aufpassen an der Ecke. Jetzt riecht er hier. Ich... Drück. Drück jetzt nach vorne. Oh. Ja, so ist gut. Jetzt kannst du gerade runter. Jetzt geh runter. Geh runter, drunter, 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 drunter. Ja, drunter. Das läuft, Mann. Ich werde es noch kurz wegen meinem... ...Ding-V-Locken. Das ist klar. Die Scheiben sind aber offen schon. Das sind welche Zeichen. Nee, die Scheiben sind zu. Die sind offen. Nein. Doch, es sind offen. Ich bin schon drin. So. Hier ist nichts. Ja, was ist das? Ja, dann müssen wir auf jeden Fall aufs Dach. Bei mir manchmal andere Sachen. Rennen, rennen weg. Ja, oder? Wie hässlich dieser Bug gerade ist. Du hängst gerade... Schräg. Ja, ich weiß nicht. Nee, nee, du hängst schräg. Ich bin der gerade. Ja, bei mir ist es andersrum. Nein. Nein. Nein! Alter, das war jetzt nicht dein Ernst. Was ist passiert? Ja, weil wir beide letztendlich die Leiter... Wir sind bewusstlos, aber ich habe mir nichts gebrochen. Ich habe mir was gebrochen. Ich bin ober am Dach. Wir bräuchten hier Hilfe. Ja, wo seid ihr? Wir liegen hier hinten an der Leiter. Versuch nicht, mich zu schießen. Nein. Scheiße. Ich kann erinnern mich gerade. Hast du Bandage? Ja, hab ich. Weiß nicht, welche Leiter ihr meint. Ich kenne nur die hinter dem Kran. Ich hab Painkillers. Warte. Ja, dann nimm die, nimm die. Okay. Soll ich runterkommen? Ja. Wir bräuchten hier auf jeden Fall ein bisschen Deckung und ich brauch eine Bluttransversion auf jeden Fall. Wo seid ihr? Hinter dem Beine. Willst du auch Painkillers haben? Da kommt eine Wasser. Wir brauchen keine. Links, links. Und weg hier. Ich kann nicht, ich kann nicht aufstehen. Du brauchst einen IP-Panel, oder? Nee, der braucht Painkillers. Ich kann... Brauch hier Hilfe. Ja, ja, ich bin doch hier. Ich lock den noch von dir weg. Das hat ihn nur gemacht, Mann. Wir sind... Das war wegen einem Bug, Alter. Darf ich mal Painkiller holen? Ich kann immer noch nicht aufstehen. Ich hab Painkiller, ich hab Painkiller drin, aber mein Knochen ist immer noch gebrochen. Ich hab jetzt schon zwei Stück genommen. Dann brauchst du Morphin. Morphin ist hinten im, äh... Rucksack? Ja, ich geh schon. Ich bin unterwegs. Nee, im, 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 im Bugstubber. Ey, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Du hast Antibiotika. Ich? Ja, jetzt sind sie gespawnt, Alter. Was? Jetzt sind sie jetzt endlich gespawnt. Alter, du hast... Weil in meinem verfickten Rucksack sind nur Painkiller-Magazin und ein paar Dosen und ein Blut. Also du hast irgendwie Antibiotika, Chemlite, MT-Tin-Can und zwei Binoculars. MT-Tin-Can? Ja. Ich hab hier keine leere... Hä, wieso ist in meinem Brucksack was anderes als in deinem... Hä? Ich weiß nicht. Loote schon wieder, Alter. Kann mich mal verbinden am Heli? Komm mal zum Heli. Ich hab auch... Ich kann ja nicht aufstehen. Dann kriechen wir jetzt. Was... Du hast jetzt hier was hingeworfen, oder was? Nee, ich hab noch nichts hingeworfen. Ich werf's mal hier hin. Ich brauch dringend Bandagen. Ja, dann lauf mal schnell zum... Hast du Bandagen, Sven? Ich hab den auch... Hier. Siehste? Ja, danke. Ich geb... Hier, warte, ich geb dir einen Bandagen, die gibst du dann dem... Ja, nee. Scheiß doch, wir haben... Ich bin jetzt auch infiziert, Mann, Alter. Fahr weiter, Peter. Das kann's doch nicht sein. Ja, nur wegen dem Scheiß-Bug, Alter. Ich krieg hier durch die Gegend, wie so'n Vollmongo. Ich steh hinterm Heli, Sven. Boah, auf jeden Fall schnell ne Bandage. Seh ich schon nix mehr. Fuck, ey, jetzt bin ich aber hinten an den Heli ran, ne? Nee, ich bin hier. Ja, aber hat er keine Bandagen. Da sind keine Bandagen mehr drin im Heli. Ich hab Bandagen, hab ich doch gesagt. Wir kommen zum Heli. Du musst da spalten, ich bin gleich tot. Jetzt komm schnell zu mir, Sven. Ich bin hier schon auf dem Weg zu euch. Komm zu mir, wo bist du? Irgend am Heli. Nein, ich... Hier, da, wo ich eben war, an der Ecke. Ich hab welche, so gut. Hast du? Wer schießt denn da? Ich bin da. Da hat er weggezogen. Kannst du mir direkt ne Blattfusion geben, wenn du hast, denn... Hab ich nicht, nein, der Typ da... Ich brauch dringend, eigentlich bin ich gleich tot. Der andere Typ ist im Heli. Fuck, 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 fuck. Ich hab keine Munition mehr und ich bin tot gleich. Ich kann nicht aufstehen, mein Ball ist gebrochen, ich brauch hier dringend Unterstützung. Kannst du mir... Ich brauch Blattpässe noch. Ich hab nichts damit. Junge, wir sind gleich alle tot und der Hubschrauber steht da, ne? Also ich bin jetzt gleich tot auf jeden Fall. Ich seh schon nichts mehr. Wenn mir nicht jemand hilft, bin ich tot. Leute? Ich bin tot. Ich auch. Er lootet, wenn ich... Er lootet, wenn ich... Er lootet, wenn ich... Ja, ich weiß nicht, was der macht. Ich darf ihn abschießen? Nee, nee, warte mal. Guck mal, was er macht. Ich bin wieder da. Der steht bei dir und kniet... Ja, ja. Der lootet dich. Nee, nee, der lootet mich. Der lootet mich. Der lootet mich nicht. Okay, gut. Ich hätte nämlich jetzt fast abgeschossen. Könnt ihr jetzt... Alter, ich bin gleich tot. Ja, wir können nichts machen, Alter. Hier ist alles voller Zombies. Ich komm hier gar nicht raus, also... Mich hier mir doch von dem Heli weg... So, du brauchst noch mehr Painkillers, oder was? Dann müsst ihr mich gleich auf jeden Fall looten, Alter. Ich lieg hier an der Leiter zum Krankenhaus, also... Seht ihr auf der Map, wo ich liege? Merkt euch, wo ich liege, damit jemand leitet. Ich weiß, wo du bist. Du brauchst Painkillers, ja? Ich? Nein, ich bin tot. Ich brauch Blut, ich brauch alles. Bei mir sind fünf Zombies, die mich die ganze Zeit angreifen. Ich bin gleich tot. Ich bin jetzt auf der Straße. Ich komm euch sogar schon entgegengekrochen. Seht ihr mich? Sehen da im Moment noch nichts. Auf der Straße. Ich bin gerade erst klar. Jetzt bin ich wieder tot. Jetzt bin ich tot. Sollen wir die jetzt alle abknallen, oder was sollen wir machen? Alter. Ich bin jetzt mal ne Leiche, bitte. Weil Zombies, warte mal, ich stelle mich mal ins Geschütz und Baller die mal weg. Aber immer her, Schatz, ne? Ich geh aus dem Schuss, Leiter, raus. Ja, ich bin hier auch... Alter, ey. Warum haben wir denn gerade so verkackt? Ich bin hier auch dieser Scheißleiter. Ich bin hier auch dieser Scheißleiter. Ich bin hier auch der Zeit nicht angegriffen worden. Wegen diesem Scheißleiter-Bug. Ja. So ist es manchmal. Er hat mir Antibiotics in den Rucksack getan, aber die sind nicht da. Ja, das war doch bei mir eben auch so. Dann lass jemand anders in deinen Rucksack gucken. Ja, ist so. Wo bist du? Ich bin hinterm Heli wieder. In der sicheren Zone, aber... Geh lieber vorne um den Heli rum. Ich bin hinten umgegangen, weil der Typ da Baller hat, aber ich jetzt schon... So eine Scheiße. Dann dreh ich mal um. Lass mal gucken, wo ich spawne. Hast du sie? Mensch, ich habe eine... Ja. Dann droppt die. Wo seid ihr? In welcher Stadt? Äh, in Elektro. Ich auch. Ich bin gerade in Elektro gespawnt. Kann die nicht aufnehmen. Sind die auch nicht. Bin ich gut, oder? Naja, aber ich habe sie wieder zurück in deinen Dings getan. Ja, guck mal bitte nochmal. Diese Antibiotics sind irgendwie voll buggy. Hast du sie? Ja, ich habe sie wohl aus und wieder zurück getan. Gut, dann... Dann tu sie weg. Auf den Boden einfach droppen. Ja, ja. Ah, optimal. Gehen da weg? Ich will den Typen eigentlich schon gerne killen, ne? Achso, wisst ihr, wie wir unendlich viel Standard-Munition bekommen? Ne. Einfach, äh, spawnen, äh, vom Hubschrauber abholen lassen, töten, äh, sich selbst töten, beziehungsweise getötet werden, dann die Leiche, äh, untersuchen auf die restliche Immunition, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, das ist ein Bug. Ja, das ist ein Bug von mir, da habe ich mich ausgelobt wegen Sound, und wo ich wieder reinkam, habe ich auch gedacht, hör, was geht denn da einer rum? Oh, das war ich selber. Der war für den krassen Wasser, Mann. Aber denkt dran, dass ihr meine Leiche plündert, ne? Habt ihr, oder habt ihr nicht? Öh, was war das denn jetzt? Leute? Ich bin angegriffen. Ja. Braucht irgendwer von euch noch ein Blutpack? Weil ich will das G36 gleich wieder haben, ne? Ja, wie kann ich nochmal schreiben, wie geht das? Strich drücken. Strich drücken. Aber zuerst musst du ins, äh, in den Hauptset mit Punkt wechseln. Wo bist du denn? Ja, hier. Der sieht mich doch, ich bin direkt neben dem. Komm, lass den mal töten. Nein, wir töten den nicht, Mann. Willst du nicht? Er hat uns allen drei den Arsch gerettet. Wenn du den tötest, kill ich dich, ohne Scheiß. Der rettet dich auch, Mann. Das wäre die größte asoziale Sache überhaupt. Den jetzt zu killen. Ah, aber auf der anderen Seite, der hat schon Tarn und alles. Ah, das findest du überall, Alter. Ähm, Chris, kannst du, wenn die nur umliegt, kannst du es eh nicht nehmen. Nicht? Ne, das hab ich gestern auch schon probiert. Wenn er die anhat, kannst du die nicht nehmen, oder was? Nein. Wo bin ich, wenn du wirst das Krankenhaus? Das Krankenhaus ist gegenüber von der Kirche, ne? Ich muss dann voll weit laufen. Nein! Ach, fuck you, Mann! Guckst du einmal auf die Map und schon hast du so einen verkackten Zombie im Nacken. Könnte ich kotzen bei so einer Scheiße. Verpiss dich, Mann! Ah, jetzt werde ich hier nicht los und ich verblute wieder. Nur das gleiche Spiel mit so einem Scheiß. Oh, es geht schon hier rein. Also ich bin jetzt komplett safe. Schmi, was ist mit dir? Ich, äh, steh hier am... Ja, ich steh dich. Wenn, was mit dir? Ja, ich... Bist du infiziert oder so? Hm. Warte, ey. Ravi, wo bist du? Ja, ich bin hier in Elektro in der Lagerhalle und versuche zurück, Krankenhaus zu kommen, aber ich muss erst mal in den Zombies. Hast du gerade geschossen? Ja. Dann weiß ich, wo du bist. Ich muss nämlich erst mal hier... ...bandagieren. Ich bin, glaube ich, schon wieder fast kein Blut mehr. Fuck. Oh, und da kommt noch ein Zombie. Oh, beeil dich. Warum der nicht gestorben ist, das verstehe ich nicht. Woher kommen die beiden denn jetzt... Oh, dass sie durch die Wand können, ne? Ist auch... Wir sind in der Nähe von der Kirche. Du musst eigentlich nur nach den goldenen Kuppeln ausschauen. Naja, ich weiß, wo ihr seid, aber ich muss jetzt mal aus der Lagerhalle hochkommen. Nein, das ist ein Zombie. Nein, warte. Schau mal. Muss jetzt mal rauskommen. Müssen wir alle mal looten jetzt gleich. Ja, habt ihr mal eine Leiche gedootet? Noch nicht. Dann macht das doch, bevor wir in die G6-30. Wir sind noch zu viele Zombies. Den kannst du doch nicht selber machen, wenn du da bist. Okay, was gibt es hier Schönes? Ich habe eine Trinkflasche gefunden. Nice. Ich habe zwei Stück hinten im Dings getan, ne? Zwei Trinkflaschen? Ja, zwei Trinkflaschen. Nicht wieder Wasser sorgen. Dann nur mal befüllen, ne? Wir stehen immer am Heli und verteidigen den. Ich bin jetzt gerade mal in den Supermarkt gerannt. Der war auf der anderen Seite. Aber zombies. Zwei Makarov-Magazin und zwei Holzfeile. Ich schalte da noch liegen bleiben. Oder hat es von euch... Nein! Oh, dieser... Mann, Alter, renn doch einfach zu uns, Peter. Ich bin schon wieder am looten. Ich kann jetzt nicht zu euch rennen. Meine Fressen. Warte, ich tue mal mein Gewehr rein in den Heli und versuche dich mal schon mal zu looten jetzt. Ja, danke. Komm her, scheiß Sammi. Ich muss an die Lagerhalle rein, damit ich mich wieder verbinden kann. Schon wieder mein zweites... Oh, ich komme hier nicht vom Fleck, Alter. Weil wir diese Scheiß-Zone nicht durch Wände gehen können. Meine Fresse. Wir sollten den anderen einfach die Typen abschießen lassen. Der hat ja uns silenced. Da machen wir auch keinen Krach. Der ist aber nicht mehr da, oder? Ist doch schon... Doch, doch. Der steht links hinter mir. Oh, da ist er schon. Ich habe ihn nicht angeschossen. Hupala. Ihr hört mal auf zu schießen. Lass den mal schießen. Der hat silenced. Verpisst euch, ihr Scheiß-Zongies. Es sind nur noch die beiden da, und dann ist gut. Was machen wir denn dann? Dann fliegen wir weiter, ja? Ja, dann noten wir den, Philipp. Naja, ich bin der gleich bei euch. Ich muss nur hier irgendwie rausfinden. Ich bin ja eingeschlossen. Tausend-Som-Dies hinter mir. Ich muss nur noch die Kirche. Da hinten. Dann nur noch die Straße runter, ne? Voll weit laufen, ne? Komm nicht an, nicht dran, Philipp. Was? Komm nicht an, nicht dran. Boah, da hat einer an der Bandage, ich blute. Ich habe keine mehr. Sven hat. Von mir. Ja, der macht schon, der macht schon. Der Kollege macht schon. So, ich sehe die Kirche schon. Ich habe jetzt auch keine Bandage mehr. Aber zum Glück bin ich jetzt nicht mehr infiziert. Das kann es doch nicht sein. Ich will doch nur deinen scheiß Rucksack looten, Alter. Den Rucksack will ich auf jeden Fall auch wieder haben. Der ist richtig geil. Der Ronk ist weg. Ich höre den Hubschrauber. Wer schadet da mit dem Hubschrauber? Ronk. Der ist klar. Also ein paar Sachen kommt ich schon mal looten. Ja, kann die Zombies mal jemanden weglocken? Ihr müsst auch Taktik machen. Einer läuft die Zombies weg, dann der andere läuft dann so mit der Leiche. Was soll ich meinen? Ja, ich habe deine G36 schon. Achso, ja, aber mein Rucksack bräuchte auch noch alles. Ja, ja, das musst du jetzt gleich selber holen. Ich tu deinen Staff mal hier in den Heli. Danke. Alter, lauf mir nicht in den Schussfeld. Oh, ich wollte gerade abdrücken. Okay. Stellen wir uns einfach jetzt hier hin. Jeder in eine Richtung und dann geht das. Gehe. So. Ja, wartet kurz, wartet kurz. Ich bin hier... Mein Rucksack rein. Den raus. Watch rein. Toolbox rein. Map habe ich. Hunting knife rein. Das rein. G17 rein. Flashlight. Da kommt ein Zombie hinter uns. Pass auf. Jo, jo. Habe ich. Waterbottle habe ich. Okay, jetzt hinter dir. Hier. Okay, passt. Ich habe alles. Check down. Von mir aus können wir. Ja, warte. Ich muss hier nochmal kurz an. in meinem Heli hinten. Kurz. Mal starten. Warte, hier war was. Take was? Empty. Ah, scheiße. Warte, noch nicht starten. Ich bin hier noch am... Ne, ich mache nur Motoren. Ja, ja. Ich muss auch noch hinten anwenden. Wollen wir vielleicht erst mal kurz ins Lager zurück und uns neu aufmunitionieren und was auch immer? Ja. Ja, pass auf, da kommt ein Zombie. Pass auf, Dennis. Komm rein. Weil da lagen noch jede Menge Blatt. Und so. Ich kämpfe im Moral. Meine Fresse, was für ein Akt. Wer steht denn da noch auf der Straße? Ich? Moment. Ja, da steht noch einer. Da stehen zwei. Nein, rechts. Rechts ist ein Bug. Ach, das ist der Bug. Ja. Ja, alles klar. So, Dennis. 50er Platz. Ja, ich bin jetzt drin. Oh, Alter. Das war mal krass jetzt, Alter. Meine Fresse. Dafür habe ich jetzt neue Munition, weil ich gestorben bin. Oh, scheiße. Aber auch so nice, dass ich wieder Elektro gespawn bin. Ich habe jetzt eine Munition vom G36 auch mitgenommen, ne? Ja, krass. Ja, ich habe jetzt ultra viel Munition vom Neu-Spawn. Ja, ist doch okay. Dann haben wir jetzt ganz viel Starnack. Ja. Also super. Jetzt gehen wir jetzt mal wieder nach Hause und sortieren uns. Ja, ich höre mal auf aufzunehmen, damit die nicht wissen, wohin wir müssen. Und dann gucken wir weiter. So sieht's aus. Oh, war das ein Stress, ey. War zu viel für mich jetzt. Haha.